Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von PowerCity. So, und es geht direkt weiter. Wir hüpfen schnell mal auf den Server. Heute auch wieder keiner da. Es sind ja auch nur 5 Leute, aber wir gehen trotzdem drauf und nehmen auf, es ist auch schon spät 22 Uhr hier. Und es gewittert. Da sollen wir uns aber nicht davon abhalten, trotzdem viel Spaß heute hier zu haben. So, ja genau, wir waren nämlich hier und haben gedingst. Und zwar haben wir kräftig abgebaut. Und ich würde mal vorschlagen, wir werden jetzt hier so ein bisschen Strip-Mining-mäßig ein bisschen was abbauen. Denn was wir brauchen, sind Materialien, Materialien, Materialien. Und wir sagten ja schon, diese Folge soll so ein bisschen... Oh, da sind wir wieder. Ja, da würde ich gleich mal vorschlagen, gleich mal Mining-Table, wie ich letztes Mal fast gesagt hätte, bauen und ein Schäufelchen für uns kreieren. Denn wir haben hier so viel, so viel wegzuschaufeln, dass es gar nicht schön ist, wenn man das die ganze Zeit nur so macht. Okay, danke für die Information, dass es das gibt. So, dann bauen wir das hier ab. Wir brauchen dringend also ein Crafting-Table und ein paar Schäufelchen. Sonst werden wir hier mit diesem ganzen Graveen uns unendlich viel Zeit verlieren. So, ja, ihr merkt schon, es ist wieder ein bisschen später, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, hier ist es gut, wenn ich die Eisenspitzhacke nehme. Okay, was war das nochmal? Das war Nikolite. Alles klar, klingt ein bisschen wie ein Pflaster gegen Rauchen. Die Nikorette, die gute Nikorette. Level 10, sehr, sehr geil. Was wir jetzt noch gut gebrauchen könnten, wäre die passenden Diamanten und einen Haufen Bücher, damit wir einen, ja, damit wir einen tollen Verzauberungstisch basteln können. So, wir haben bereits so viel Zeug am Start, dass wir schon gar nichts mehr aufnehmen können. Ich würde ja, ja, natürlich ganz, ganz, wo bin ich jetzt? Da habe ich wohl ein bisschen was im Format geändert. Ich bin mal gespannt, wie das gleich auf der Aufnahme aussieht. Ja, wir werden auf jeden Fall hier den ganzen Schmock raushauen. So, und dann graben wir uns hier fröhlich in den Berg hinein. Die fröhliche Nikorette haben wir auch eingesammelt. Jo, läuft also. Und ja, wir haben also wieder weitere 20 Minuten am Start. Da habe ich ja gleich mal, oh, was habe ich denn da gefunden? 20 Minuten am Start, um uns hier durch den Berg zu graben. Und hier habe ich ja in der Tat wieder so einen seltsamen... Na, Leute. Dankeschön. Seltsamen Stein gefunden. Was war das nochmal? Cinnabar Ore. Ich glaube, da habe ich noch gar keine Ahnung, was das ist. Kann man hier irgendwie anzeigen lassen, was man damit machen kann? So ein bisschen. Barren, brauner Stein und Auge. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ist auch nicht ganz so wichtig. Das werden wir alles rausfinden im Laufe der Zeit. Jetzt erstmal heißt es für uns Materialien sammeln, Materialien sammeln, Materialien sammeln. Und damit ihr euch nicht ganz so langweilt, habe ich natürlich ein Thema vorbereitet. Und zwar YouTuber Treffen oder Treffen also Events. Ich meine dabei die professionellen Events. Treffen über YouTuber. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Es gibt in der Zwischenzeit ja... Das ist ja interessant. Was haben wir denn? Hier ist das Redstone. Das wäre ja mal cool. Werden wir niemals rausfinden, denn wir haben keinen Platz mehr. Nein? Ja. Redstone. Sehr cool. Ihr habt das vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen. Ihr YouTuber seid mittlerweile für die normalen Medien-Fuzzis da draußen. Also für alle, die irgendwie Radio und Fernsehen machen. Das sind diese Medien von früher. Seid ihr... Werdet ihr immer interessanter. Und zwar deswegen, weil ihr mittlerweile Einschaltquoten habt, wie man das früher gesagt hätte. Die man sich heutzutage nur noch erträumt. Und so langsam bekommen die alten Herren Muffe sausen. Das bedeutet, ja, es wird immer mehr Events geben, die sich mit dem Thema Bewegt-Bild auseinandersetzen auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja, das merkt man unter anderem auch daran, dass es immer mehr Events gibt. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Ich kümmere mich ja so ein bisschen um die Events-Szene. Also gucke so, was es alles gibt und sammle das kräftig ein. So wie ich jetzt hier auch gerade Erz abbaue. Da hinten habe ich übrigens irgendetwas übersehen, glaube ich. Was bist du? Sieht aus wie Silver Ore. Habe ich das abgebaut? Ja. Da gibt es noch mehr davon. So wie ich jetzt hier gerade auf der Mission bin, Silver Ore abzubauen, so bin ich auch in meinem normalen Berufsleben unterwegs und sammle Events, die irgendwas mit diesem Internet zu tun haben oder Technologie oder halt irgendwie was Nerdiges, wie zum Beispiel Repair Cafes oder so. Und dort habe ich auf meiner Tour durch das Internet habe ich das ein oder andere Event entdeckt. Unter anderem ein neues Event und zwar kennt ihr vielleicht das Magazin Broadmark, das vor kurzem eine kleine Veränderung durchgemacht hat und zwar haben die bisher irgendwie über alles berichtet, also sowohl coolen News über YouTuber und so Szenen-Nachrichten Okay, hier haben wir noch neue Sachen am Start als auch Branchen-News. Also zum Beispiel Mediakraft bekommt irgendwie eine neue Investition oder so, ja. Und die Leute, die sich für YouTuber interessieren, also ihr Fans, die euch für YouTuber interessiert, ihr interessiert euch vielleicht nicht unbedingt so sehr für das ganze Geschäftszeug, das da noch irgendwie mit dabei ist und deswegen haben die sich gedacht, okay, wir splitten das mal. Kann man das nicht irgendwie? Nein, das braucht man eigentlich auch nie. Ich hätte gerne diesen anderen Stein. Wo ist er denn? Da. Okay, habe ich schon. Alles klar. Wir haben bisher alles über diese einen Seite besprochen und haben dann zwei Seiten daraus gemacht, nämlich TubeID und Broadmark. So. Und jetzt haben die so ein bisschen Wind bekommen, die beiden Jungs. Der Julian und der Mist, fällt mir der zweite Name nicht ein, es tut mir leid. Also die beiden Jungs, relativ jung und cool, haben ja schon ihre eigene IT-Firma und so, haben davon Wind bekommen, dass es jetzt eigentlich ganz hip ist, so ein paar Events zum Thema Bewegtbild und YouTube und so weiter zu machen und haben deswegen ein Event ins Leben gerufen, zu dem, wie sie selber schreiben, jeder eingeladen ist. also sowohl YouTuber als auch Fans als auch Web-Video-Produzenten, ich weiß es nicht so genau, vermutlich alle und ja, ich weiß mal kurz was hier um switchen, hier sehe ich es, genau, ich schaue gerade auf einer Webseite, wann es denn eigentlich stattfindet, Wieso steht denn das hier nicht? Ja, gute Events erkennt man unter anderem daran, dass ganz groß draufsteht, wann es eigentlich stattfindet. Also irgendwann im Dezember, ich glaube so am 4. oder so, könnt ihr, schaut ihr einfach in den Shownotes nach, beziehungsweise in der Videobeschreibung, wie man sagt, ja, findet das in Köln statt, nennt sich Broad ID, also eine Mischung aus Broadmark und Tube ID und ja, zu Gast sind unter anderem Daily, Delay LP, Rayol sowie Moritz Mayer und Dennis Müller. Moritz Mayer habe ich neulich am Bahnhof getroffen, cool, sind ja auch in Köln und ich bin ja auch in Köln und da trifft man die Leute immer wieder mal, was ganz cool ist. Tja, sind eigentlich interessante Leute und verspricht, glaube ich, ein ganz netter Abend zu werden. Man quatscht irgendwie, glaube ich, ganz nett, um einfach so ein paar Web-Video-Themen. Ich habe so das Gefühl, das soll so ein bisschen sein, wie der Bewegtbild-Stammtisch, nur vielleicht ein bisschen gemütlicher und ja, bleibt abzuwarten, wie das wird und ob das Ding jetzt von Fans überrannt wird oder wie sich das entwickelt, ich habe keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall so eine Art Mischung werden aus Fan-Treffen und über YouTube quatschen. wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aus der Videobeschreibung geht es auch nicht so richtig vor. Yeah, Level 15, was geht? Also das ist ja krass, was man hier abbaut. So, sehr cool, ich kann das schon wieder nicht mehr einsammeln. Da würde ich mal vorschlagen, nehmen wir jetzt mal den, die Werkbank. Achso, okay. Achso, okay, okay, okay. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass das hier ja nicht so geht wie in der Vanilla Version, äh, wie in der 1.8 Version. So, zack. Okay, das geht auch nicht. Sehr schade, dass man das jetzt nicht zu einem Block verarbeiten kann. Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich jetzt glaube ich auch nicht verstehen, oder? Hm. Schade, schade. Ja gut. Das bedeutet für mich, ich mache mir jetzt ein Kistchen und packe da einfach Dinge rein, weil, ähm, ich kann einfach nicht alles mitnehmen. Dazu gehört zum Beispiel dieses eine Stück Holz, dann nehmen wir das da, erstmal hier, das da lassen wir da, das verrottete Fleisch lassen wir da, was noch? Eier, Samen haben wir eigentlich genug, Greywood, das hätte ich ja auch mal irgendwo ablegen können. Und jetzt haben wir natürlich so viel Essen dabei, bräuchten wir eigentlich alles gar nicht. New York. So, ähm, und weiter geht's. Ja, findet auf jeden Fall dieses Event statt und ich bin schon sehr gespannt. Heute Mittag war das Anmeldeformular noch kaputt, mittlerweile funktioniert's wohl. Ähm, ja, ich würde sagen, ihr geht mal schön auf Broadmark.de und checkt die Seite aus und die Veranstaltung aus. ähm, 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 also jeder, der, glaube ich, nicht einfach nur ein Fan ist, also soweit ich das verstanden habe, geht's nicht darum, einfach nur ein Fantreffen zu machen, sondern ich glaube, das ist hauptsächlich für Leute, die sich so halb professionell oder hobbymäßig mit YouTube beschäftigen und halt auch Videos machen und so, also vielleicht auch einfach für YouTuber, egal wie klein ihr seid oder, ähm, das hat ja eigentlich nichts zu bedeuten, ihr könnt es ja mit genauso viel Herz und Hingabe machen wie auch die Großen. Ähm, ich glaube, ihr seid da alle eingeladen und, ähm, wow, okay. All right. Rollt das hier rüber? Nö. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen schönen Tunnel gegraben. Ähm, so, dann nehmen wir, glaube ich, die lassen wir jetzt einfach mal hier stehen, vielleicht finden die mal irgendwann wieder und eigentlich wissen wir ja auch, wo die ist und dann graben wir hier mal den nächsten Gang gleich weiter. So, zack, ja, das wird jetzt ein bisschen eine etwas langweiligere Folge, beziehungsweise ich habe hier so ein bisschen ein Thema zu bequatschen, aber, ähm, ja, also, hier vom Gameplay her passiert erstmal nicht so viel. Wie gesagt, ähm, in einer meiner, ähm, vorherigen Folgen, ich glaube, das war jetzt die zweite Folge, habe ich ja schon angekündigt, es wird einen Livestream geben. Heute Abend habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich auf einer Veranstaltung war. Wie ich schon gesagt, wie ich schon erzählt habe, bin ich ja viel auf Veranstaltungen und, ähm, ja, äh, da war ich heute und deswegen habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, alles einzurichten. Ich muss mir erstmal mich so ein bisschen mit Open Broadcaster, äh, beschäftigen, ähm, wenn wir Vanilla, äh, Minecraft in der Vanilla Version benutzt hätten, dann bräuchte ich einfach nur einen Knopf drücken, um mich mit Twitch zu verbinden. So muss ich jetzt sozusagen erstmal was dazwischen schalten, ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Gold, sehr gut. Das würde dem Golden LP sehr gefallen. Was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, dieses Rot habe ich auch noch nie gesehen. Plöpp. Okay, was ist das? Schauen wir mal nach. Was Rotes? Ein Rubin. Ah, sehr cool. Da hat doch der Golden LP neulich ein Schwert draus gemacht und mir gezeigt. Ähm, tja, sieht geil aus. Ja, und es wird auf jeden Fall mal eine Folge geben, so eine Art Wissensfolge, wo ich einfach mal ein paar Sachen erkläre, ähm, über die ganzen Modpads, Packs, die hier am Start sind. Momentan sind wir hier einfach noch so ein bisschen im Reinkommen, auch andere YouTuber ein bisschen kennenlernen und, äh, ähm, vielleicht treffe ich die auch tatsächlich mal hier auf dem Server. So wie es aussieht, haben wir jetzt ein paar von denen ja, ähm, schon ein paar Folgen vorproduziert, produziert, weil sie Bock hatten. empfehle ich natürlich wieder, ähm, geht zu denen in den Channel, checkt die aus und, ähm, lasst ein Däumchen hoch da für die. Was haben wir da wieder Schönes? Ach, das ist dieser, dieser eine Stein. Schaut mal, was wir hier Schönes gesammelt haben. Nice. Sammeln wir mal bitte dieses blaue Zeug an. Ach so, das ist einfach lapislazulin, okay. So voll normales Mineralente. So, unsere Fäckelchen haben wir noch für eine ganze Weile. Reicht uns noch ein bisschen. Wir haben ja auch ein bisschen, haben wir ja nicht Kohle abgesagt? Also wir haben fast keine Kohle am Start irgendwie, ne? Also das ist mir aufgefallen, dass die Kohle hier gar nicht so viel ist in diesen tiefen Schichten. Ich glaube, es wird dann irgendwie ersetzt oder so. Was haben wir hier wieder? Pling, Pling. Wow, okay, das gibt richtig viel Experience. Okay, damit sind wir jetzt auch voll. Was ist das nochmal gewesen? Achso, wir sammeln es gar nicht ein. Was ist das? Sieht auch geil aus. Brauchen wir Hühnereier? Also was wir auf gar keinen Fall brauchen, sind Feuersteine, Saphire. Geil. Geil, geil, geil. Ich liebe das ja so ein bisschen. Das hat so ein bisschen, hat schon ein bisschen was von Goldgräberstimmung. Und auch so ein bisschen was von, wie heißt dieses eine Computerspiel, das der Gronkh mal gespielt hat. 2D-Sidescroller mit vielen Planeten am Start. Wo man auch Sachen gefunden hat, die man, okay, so. Wo man dann auch wieder, um neue, bessere Werkzeuge und Waffen zu bauen, brauchte man ein bisschen Materialien, die fand man aber nur auf bestimmten Planeten und ist deswegen rumgeflogen, wie ein Irrer. Ja, so war das dann ein bisschen auch. Okay, was haben wir hier wieder? Rubine? Nö, das ist ganz normal. Redstone. Okay, hinterher würde ich blubbern. Das heißt, es könnte passieren, dass gleich wieder irgendwo Lava am Start ist. So, dann sind wir mit dem Redstone. Wahrscheinlich auch. gleich wieder gut voll. Ja, wo Redstone ist, ist meistens ja auch Lava oder relativ häufig. Jo, und wir haben, wir gehen hier echt gut ab, was, äh, Zeug angeht. Ähm, so gut, dass ich sogar fast dazu tendiere, gleich mal den zurück nach Hause zu laufen, denn, ähm, ich habe natürlich mal wieder nicht den Wecker gestellt. Jo, wir haben noch ungefähr zehn Minuten. Ähm, mal wieder nach Hause zu laufen, um das Zeug einzuschmelzen und wieder ein bisschen Platz im Inventar zu bekommen, aber das lohnt sich eigentlich ganz gut, was wir hier machen. Das ist ja wie gesagt nicht so unfassbar, äh, spannend, aber, who cares? Ich habe ja ein bisschen was zu quatschen. Ja, mich würde mal interessieren, das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare packen, okay, jetzt haben wir nur noch eine Spitzhacke, spätestens wenn die im Arsch ist, gehen wir. Ähm, seid ihr schon mal auf irgendeinem YouTuber-Event gewesen? Zum Beispiel den Tuberday XXL in Dortmund, der jetzt demnächst auch stattfindet oder irgendwo anders? Wenn ja, würde es mich freuen, schreibt es in die Kommentare. Ähm, würde mich sogar freuen, wenn ihr in Köln seid oder irgendwann mal in Köln seid. Lasst es mich wissen. Ich habe Bock, neue Leute kennenzulernen. Ähm, wow. Okay, geil. Was habe ich hier gefunden? Nice. Ich habe eine Höhle gefunden. Nice, nice. Okay, mit Diamanten, soweit ich das sehe. Geil. Wow, was geht denn hier? Sehr, sehr geil. Okay, hier haben wir wirklich jetzt, einen Volltreffer gelandet. Hier werde ich jetzt noch ein bisschen was abbauen. Und dann würde ich sagen, geht es wieder zurück. Hier das alles werde ich abbauen. Dann geht es wieder zurück. Werde mir die Stelle aber natürlich merken und wieder zurückkommen, weil hier weiß ich einfach, dass es gut was abzubauen gibt. So, wunderbar. Herrlich. Ah, ich liebe es, wenn ich so eine, wenn ich auf so reichhaltige Vorkommen stoße. Was war denn das nochmal? Weiß ich noch nicht. Was haben wir denn hier? Eigentlich kann ich die Holzachse ja da lassen. Ferris Ore. Das klingt ja, Ferris ist doch eigentlich Eisen, oder? Ferit. Hm, ich weiß es nicht. so Lapis Lazuli. Davon brauchen wir jetzt vermutlich nicht so viel. Kann aber sein, dass wir es vielleicht doch brauchen in diesem, in einem der Mod Packs, die hier installiert sind. So, wunderbar. Haben wir alles mitgenommen, alles abgebaut. Was hier so am Start ist, ich würde ja am liebsten mal kurz in der Lava verbrennen. Ne, natürlich nicht. Aber mal kurz abchecken, was denn das da hinten ist. Dazu muss ich aber irgendwie auf diese Seite kommen. Und dazu werde ich jetzt hier mal so ein bisschen auch immer schön gucken, dass man nicht von einem Creeper oder ähnlichem heimgesucht wird. Upa. Oh, hier gibt es auch viel Geiles. Okay, ich höre was. Wow, was ist denn da hinten am Start? Scheiße, ich verlaufe mich schon wieder. Okay, hier sind auf jeden Fall... Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Was ist das denn? Fiss-infused stone. Geil. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das macht mir aber nichts. Ich werde es mitnehmen. Green Sapphire Ore. Okay, bin ich da schon wieder zu voll beladen. Also den Scheiß nehme ich auf jeden Fall mit. Auf die Gefahr hin, dass hier gleich wieder was um die Ecke kommt. Yeah. Green Sapphire. Okay, was wollte ich eigentlich machen? Okay, du bist ins Wasser gefallen. Sind hier irgendwelche Monster am Start? Ich mache mir schon wieder in die Hose. Sind wir hier eigentlich dann einmal... Boah, Alter, Alter, Alter. Du musst vorsichtiger sein. Okay, dann sind wir einmal... Hier was hin, damit nichts spawnt. Dann sind wir einmal hübsch im Kreis gelaufen. Das ist gut und mir wird gleich meine Spitzhacke kaputt gehen. Das ist mir aber egal. Boah, ich nehme das jetzt hier mit, das Zeug. Das gibt es doch gar nicht. Wie geil. Macht es bestimmt gleich. So, da haben wir hier Ore, Ore, Ore. Und meine Spitz... Es ist kackes Marsch. Fuck. Okay. Haben wir den Crafting Table dabei? Ja. Das ist mir jetzt aber sowas von egal. So. Habe ich denn Eisen dabei? No. Ich werde einfach mal was ausprobieren. Yeah. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier gerade voll den Fail mache. Aber ich habe jetzt so Bock, das auszuprobieren. So. Was kann das Ding? Irgendwas kann es? Habe ich das jetzt gerade eben voll verschwendet? Oder ist das gut, was ich da tue? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir auch egal. Probier es einfach aus. Okay. Was quietscht hier so? Und ich befürchte, diese Folge wird gleich wieder Überlänge haben. Deswegen werde ich jetzt einfach total schnell machen. Also es fühlt sich so... Oh, fuck. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man das mit einer... Ja, sorry. Wie wenn das jetzt eine Diamantenspitzhacke wäre? Ich weiß es nicht. Aber... Es ist einfach geil. Okay, ich liebe dieses Modpack für diesen Scheiß. So, Vorsicht. So. Irgendwas am Start? No. Okay. Boah, das war knapp. Fuck. So. Dich stopfen wir jetzt. Komm schon. Habe keine Zeit. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Autsch. Was war das? Alter. Habe ich noch eine Hose. So. Komm, gib doch mal ein bisschen Stein her. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Und da ist auch wieder Zeug. Geil, geil, geil. Einfach so gut. So. Okay. Wir bauen dieses Zeug ab. Was ist das? Ach, das hatten wir schon mal. Earth Shard. klingt auf jeden Fall endgeil. So. Und wir machen jetzt auf den Weg nach Hause. Denn, ähm, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ich glaube, wir kommen von hier, wenn ich mich nicht irre. Ja. So. Wir rennen jetzt einfach nach Hause. Ich hoffe, ich habe noch genügend Zeit. Ich habe ja vergessen, eine Uhr zu stellen. Damit kann ich mich notfalls rausreden. So. Und let's go, go, go. Go Bergy, würde man jetzt sagen. So. Und warum bin ich so langsam? Okay. Hier geht es hoch. So. Was habe ich für eine schöne blaue Spitzhacke? Wunderbar, wunderbar. Viele Sachen, die ich gefunden habe. Ich hoffe, die haben auch alle Platz in meiner Kiste. Und ich glaube, ich werde noch ein paar Ölfchen aufstellen. Ich hoffe, von oben kommt kein Creeper oder sowas. Es ist Tag, soweit ich das sehe. Das ist schon mal sehr gut. Dann werde ich gleich nicht von Creepern dahin gefetzt. Und die Entdeckungsreise ist gleich nicht ein schreckliches Ende. So, auf geht's nach Hause. Wo ist denn eigentlich mein Zuhause? Wo sind meine Legbeschreibungen hin? Die sind weg. Okay. Was soll das? Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich einfach nur geradeaus muss. Und so ist es auch. Wir nehmen mal sicherheitshalber das Schwert in die Hand. Und wir hoffen auch, dass wir zwischendurch noch, jawohl, das eine oder andere Chicken metzeln können. Oh ja. So, wir sind ja schon fast wieder zu Hause. Das geht ja eigentlich echt total geil schnell. Und ich hoffe ja auch, dass ich nicht aus Versehen jetzt irgendwie in die falsche... Jawohl. Guten Tag, hier ist scharf. In, ähm... Naja, mich unter das Dorf oder so gegraben habe. Das kann ja sein. So, wir sind zu Hause. Trautesheim. Hallöchen. Hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Wie sieht es aus mit meinem Weizen? Ja, hier nochmal. Vielen Dank, lieber Max. Gangster 300. So, dann packen wir das mal. Hier haben wir schön Copper am Start. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen ausladen. Dieses Gedöns muss man ja nicht... Uranium Ore. Sehr geil. Earth Shard. ähm... Nicolette haben wir auch am Start. Lapislazuli. Sapphire. Redstone. Sehr geil, was ich jetzt alles eingesammelt habe. So, Roßhühnchen haben wir auch. Das packen wir mal da runter. Das kann man stacken. Wenn wir auch mal stacken können. Und wie viele... Guck mal, jetzt habe ich vor allem noch Kobels am Start. Bin ich aber froh, dass ich noch ein paar Kobels hier am Start habe. Dann machen wir uns mal ein paar Öfchen. Obwohl wir jetzt nicht unfassbar viel... Bäm. So, dich bauen wir ab. So, dich bauen wir auch ab. Ich weiß, mit der guten Spitzhacke ist aber egal. Bäm. So. Dann machen wir dich da, da, da und dahin. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss man erstmal erreichen. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Eisenerz haben wir auch ein bisschen was gesammelt. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir Silver Ore. Wunderbar. Und 1, 2, 3, 4, 5. Gold Erz. Cinnabar. Ferris Ore. Packen wir mal da rein. So. Und dann haben wir ja schon mal ein bisschen was am Start. Das beraten wir schön durch. Und ich würde sagen, mit einem Blick auf unser kleines... ...Häuschen und mit einigen interessanten... Gehe ich mal ein bisschen baden. Interessanten Sachen, die wir gefunden haben. Von denen wir noch keine Ahnung haben, was sie eigentlich... ...für was sie eigentlich nützlich sind. Aber das finden wir alles raus. Verabschiede mich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten gerne auch abonnieren und weitersagen. Und ich würde sagen, bis denn. Und zum nächsten Mal. Tschö und bis denn.